Und bei mir im Studio ist jetzt der Leiter der Bundeswahlbehörde, Robert Stein. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Danke, gerne. Herr Stein, in Villachland wurde, wie wir gerade gehört haben, wirklich schon Sonntagabend ausgezählt, völlig unbestritten. In drei anderen Kärntner Bezirken wurden zumindest Vorarbeiten, heißt es, mit den Wahlkarten schon Sonntag gemacht, vor der gesetzlichen Frist. Kann sich da doch etwas Wesentliches am Wahlergebnis verändert haben? Und haben Sie deswegen diese Anzeige gemacht? Oder geht es da jetzt einfach nur um eine Fristensache? Nein, bei der Sache geht es um das Prinzip, eine Wählerin oder ein Wähler, die in ihr Wahllokal geht, die anonymisiert ihre Stimme selbst, indem sie das Wahlkuvert der Wahlleiterin dem Wahlleiter übergibt und der das in die Urne sie selber einwirft. Und für die Wählerinnen und Wähler, die sich der Briefwahl bedienen, müssen die gleichen Rahmenbedingungen hergestellt sein. Und die Anonymisierung ist sozusagen unter Anführungszeichen heilig und sollte nur stattfinden vor einer kommissionellen Wahlbehörde, wo die Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien dies beobachten können. Und daher hat der Gesetzgeber verankert, dass dieser Vorgang einheitlich österreichweit am Montag nach der Wahl um 9 Uhr stattzufinden hat. Gut, jetzt sagen die ja dort, die Behörden, sie haben das alles gemacht, nur halt nicht um 9 Uhr früh am Montag, sondern in der Nacht am Sonntag. Wo ist das Problem? Nach den mir vorliegenden Informationen waren nicht alle Mitglieder der Wahlbehörden eingeladen. Komisch ist allerdings, dass in Villachstadt und offenkundig auch in den anderen Behörden alle Wahlbehördenmitglieder nachher unterschrieben haben, dass alles in Ordnung ist und auch bestätigt haben, dass sie um 9 Uhr morgens begonnen haben. Aber nach mir vorliegenden Informationen ist der Auszählungsvorgang und auch der Anonymisierungsvorgang nicht im Beisein aller Behördenmitglieder erfolgt. Könnte das jetzt bedeuten, dass jemand sagt, möglicherweise war die Wahl mit den Wahlkarten in diesem Bezirk nicht geheim und die Wahl muss deswegen dort wiederholt werden? Es geht nicht um das geheime Wahlrecht, sondern es geht um den gesamten Komplex der Auswertung der Wahlkarten. Dass hier klare Rechtsvorschriften sind, dass transparent vor der Wahlbehörde ausgezählt werden muss und dass das nicht zu einem Zeitpunkt stattfinden kann, wo die Mitglieder der Wahlbehörde, die nicht anwesend sind und das beobachten können. Meine Frage zielte aber dahin, könnte deswegen die Wahl dort wiederholt werden müssen? Das hängt von dem ab, was der Herr Professor gerade gesagt hat in der Vorgeschichte. Die Voraussetzungen sind, dass es für rechtswidrig erkannt wird und dass diese Rechtswidrigkeit bei einer Wiederholung auf das Ergebnis von Einfluss sein kann. Also dass sozusagen so viele Stimmen von der Rechtswidrigkeit betroffen sind, dass wenn man diese herausrechnet, dass dann ein anderes Ergebnis ist. Ist dies nicht der Fall, dann wird der Verfassungsgerichtshof sagen, es war auf das Ergebnis nicht von Einfluss und wird die Wahl nicht wiederholen lassen. Danach sieht es offenbar momentan zu nummermäßig aus. Sie haben mir kurz vor der Sendung gesagt, Sie haben heute dann noch einen weiteren Bezirk entdeckt, den Sie auch angezeigt haben. Wo? Ja, es gilt immer die Unschuldsvermutung, aber herangetragen ist uns worden, dass im Bezirk Südoststeiermark ebenfalls eine vorzeitige Auszählung stattgefunden hat. Und ich habe im Laufe des Nachmittags die Ergänzungsanzeige an die SDA genehmigt. Das heißt, da sind jetzt fünf Bezirke, die vom Innenministerium angezeigt wurden. Jetzt gab es aber noch andere, sagen wir mal, Auffälligkeiten, über die viel diskutiert wird, vor allem in sozialen Medien. In Linz gab es einen sogenannten Sondersprengel am Sonntag mit 3500 Wahlberechtigten, aber 21.000 Stimmen, also eine Wahlbeteiligung von 600 irgendwas Prozent. Wie gibt es denn das? Den Begriff Sondersprengel kennen wir im Wahlrecht nicht, sondern eine Dienststelle, die mit der Wahlabteilung in Linz nichts zu tun hat, hat auf gut wienerisch Äpfel und Birnen vermischt und hat die Briefwahlstimmen mit den besonderen Wahlbehörden in den Altersheimen einfach vermischt. In den Altersheimen gibt es natürlich eine wahlberechtigte Zahl, in der Masse der Briefwählerinnen und Briefwähler nicht. Und die wurden vermischt, hat keine Behörde gemacht, hat eine Dienststelle gemacht, wurde uns so nicht einberichtet. Und ist irrelevant. Natürlich verkenne ich nicht, dass die Wirkung verheerend ist von so einem Vorgehen. Und keine Auswirkung auf das Ergebnis. Hat mit dem Ergebnis gar nichts zu tun. Jetzt waren Sie am Wahlabend am Sonntag hier bei mir im Studio und wir haben geredet über die Auszählung der Wahlkarten. Und Sie haben ja gesagt, Sie rechnen damit, dass ungefähr 740.000 Wahlkarten ausgezählt werden oder 740.000 Wahlkarten mal behandelt werden am Montag. Davon werden Ihrer Schätzung nach 700.000 etwa gültig sein. Tatsächlich wurden 746.000 gültige Wahlkarten ausgezählt. Das sind doch einige mehr. Wie ist diese wundersame Vermehrung möglich? Ja, ich habe offen gestanden nicht einkalkuliert, dass durch das Wahlrechtsänderungsgesetz 2015 jetzt auch erlaubt ist, dass Wahlkarten hinterlegt werden dürfen in Wahllokalen, wenn sie nicht aus dem gleichen Stimmbezirk sind. Und ein Teil davon wird erst am Montag zur Bezirkswahlbehörde gebracht. Und bezüglich dieser Zahl habe ich mich etwas verschätzt. Es waren dann um etliche Tausend mehr, als wir einberichtet bekommen haben. Aber da sind jetzt nicht plötzlich 40.000 Stimmen aufgetaucht, die es gar nicht gab? Mit Sicherheit nicht. Und die Vertreterinnen aller Parteien konnten ja auch diese Wahlkarten am Montag bei der Auszählung und Auswertung sehen und konnten sich überzeugen, dass genau die Wahlkarten, die wir dann letztlich im Ergebnis drinnen haben, dass sie diese ausgewertet haben. Im Bezirk Weithofen an der Ips gab es diese berühmten 147 Prozent Wahlbeteiligung. Haben wir schon darüber gesprochen? Hat sich mittlerweile herausgestellt, es war ein Übermittlungsfehler. Aber wie der Kollege Martin Tür von ATV herausgefunden hat, gab es den Übermittlungsfehler, weil Wahlergebnisse teilweise noch per Fax übermittelt werden im Jahr 2016. Ist das noch zeitgemäß? Das ist Angelegenheit der zuständigen Wahlbehörden und Fax ist zulässig, E-Mail ist zulässig, Telefon wäre auch zulässig. Das ist Sache der beiden Wahlbehörden in der Kaskade Bezirkswahlbehörde und in der Kaskade Landeswahlbehörde, für die geeignete Übermittlung zu sorgen. Aber da mischt sich weder das Bundesministerium für Inneres noch die Bundeswahlbehörde ein. Jetzt trotzdem, da sind jetzt in den letzten Tagen noch etliche Missgeschicke und Fehler aufgetaucht. Und dazu noch viele Dinge, die erfunden werden im Internet. Also da tauchen Fotos auf von angeblichen weggeworfenen Wahlzetteln. Das sind völlig eindeutig Fakes, die gab es nicht. Aber verstehen Sie, dass sich da jetzt viele Menschen, vor allem Hofer-Anhänger, fragen, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen ist? Mir ist das völlig klar und wir sind uns im Bundesministerium für Inneres dessen bewusst, dass solche auftretenden Probleme zu Legendenbildungen führen. Mich persönlich beunruhigt allerdings nur die Vorgänge heute, die anderen Vorgänge, Weidhofen, Linz sowieso und auch der Fehler auf unserer Homepage, der ist erklärbar und hat mit dem Ergebnis im Prinzip nichts zu tun. Sie gehen nicht davon aus, dass diese Wahl wiederholt wird? Das möchte ich nicht den Gerichten vorgreifen. Es ist jetzt zunächst einmal Sache der Parteien, der Zustellungsbevollmächtigten, allenfalls eine Anfechtung einzubringen. Und das ist das gute Recht. Ich weiß nicht, ob das geschehen wird. Und dann ist es Sache des Verfassungsgerichtshofes entsprechend zu entscheiden. Herr Stein, vielen Dank für die Besuchung im Studio. Vielen Dank.